Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin es wieder euer MultiPlanet und heute ist ein Paket von Amazon gekommen. Und zwar ich habe was bestellt für mein RC Auto. Das ist ein bisschen Verpackungsmaterial. Hier ist auch ein bisschen Verpackungsmaterial. Und ich glaube ihr seht schon was ich bestellt habe. Genau und zwar eine Lithium Battery. Das ist hier in so einem Battery Bag drin. Ich mache das mal kurz auf. So jetzt habe ich sie auf jeden Fall aufgeschnitten hier. Ganz frostig natürlich. Weil hier ist eine Lithium Batterie drin. Also sehr gefährliche Batterie. Und hier ist noch eine Packung. Sehr schön. Ich mache die mal auch auf. Geht die so auf. Ich mache die mal auch auf. Ich glaube nicht, dass ich sie so aufbekomme. So, das stört auch hier. Jetzt ist die auch mal offen. Hier haben wir noch Gebrauchsanweisung. So schaut es mal aus. Ich werde mit euch dann später durchgehen. So, jetzt kommen wir mal zum Akku. Schön eingebolstert. Haben sie gut verpackt. Hier auch noch schön. Hier ist der Material. Mit dem Akku ja nichts passiert. Das haben sie gut gemacht. Hier ist wieder zu aufschneiden. Oder? Nein. Gut. Ich kann den Akku gleich herausholen. Da seht ihr auch von welcher Marke dieser Lipo ist. Und zwar. Dieser Lithium Akku. Also Lithium Polymer Batterie ist von Florian. Hier. Von Florian. Das ist ein 5200 mAh 7,4 Volt 30C Hardcase Akku. Also sehr schön. Die habe ich mir auf jeden Fall bestellt. Bei meinem Auto. Die Akkus nicht mehr so gut sind. Weil sie schon sehr alt sind. Und wir werden dann auch draußen testen, was dieser Akku drauf hat. Draußen. Hier hinten steht auf jeden Fall. Drauf. Charge the Lipo Battery with a Lipo Battery Charger only. Inspect the Lipo Battery before charging and operating. Da steht auf jeden Fall. Man soll die Batterie das erste Mal laden, bevor man sie nutzt. Und man soll sie nur mit einem LiPo Charger laden. Also wirklich nur mit einem Lauterrät für Lithium Batterien. Was natürlich Sinn macht. Schöner Akku auf jeden Fall. Den werden wir dann auch testen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz die Brausenweisung hier durch. Mach die mal auf. So, Achtung. Gibt es ein Deutsch. Warnungen. Genau. Das ist ein Deutsch. Zu vermeiden eines Kurzschlusses. Blablabla. Man soll die Bohrung nicht ver... Ähm. Also man soll den Akku nicht verbohren, dass ein Kurzschluss entsteht. So. Ah, steht eigentlich nur. Blödsinn. Was mir eigentlich interessiert. Allgemeine Kenntnisse der Verwendung von Lithium Akkus. Nie niedrig als 3 Volt. Das war sie. Mir interessiert eigentlich, ob da vielleicht steht, mit wie viel C man den Akku laden darf. Ähm. Hm. Es ist verboten, den Akku zu zersetzen. Ja, da steht nirgends, mit wie viel C man den laden darf. Also geh mal aus, dass man den mit anziehen laden darf. Ja, wie auch immer. Das war es auf jeden Fall mit den Unboxing von dem schönen Florian Lipo Akku Hardcase. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ich war's für euer Multiplanet. Und ciao, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.